Jetzt gehen wir rüber und fücheln auf. Auch da kann man draußen essen. Ich habe noch was zu Mainstream 5 verraten. Die Mainstream 5 wird in diesem Bereich ein bisschen anders sein. Nachwuchs nur auf die Seite rüber. Und wir können das München anziehen. Mit diesem Baum stecken. So wird die...